Hallo, ich habe mir gestern Möpse gekauft bei Müller und zwar so, dass hier diese Frucht rum ist. Hier ist auch ein Mopps abgebildet und hier hinten auch. Ab und an habe ich Lust, mal so ein bisschen saures Gummizeug zu essen. Ich hoffe allerdings, dass es nicht gut sauer ist, obwohl da steht extra sauer. Naja, aber es sah so lecker aus. Da ist es noch mit extra Zucker gestreut. Kennt ihr das, wenn ihr so saure Sachen esst, dass es dann euch irgendwie so ein bisschen hochzieht und ihr dann da schon das saure Gefühl habt. Also ich brauche nur an saure Sachen denken und dann scheint das hier schon irgendwie so zu prickeln an. Kennt ihr das auch oder habt das nur ich? Ich habe mir noch einen Tee gekauft von Mesmer und zwar Apfelvanille. Ich trinke den in der Früh ganz gerne, vor allem jetzt, wo es draußen wieder kälter wird. Also im Herbst und im Winter mag ich den ganz gerne und bei uns im Supermarkt gibt es Mesmer nicht. Die komplette Marke nicht. Wir haben zwar Tees von Teekanne und von was weiß ich nicht, ich weiß noch alles, aber nicht von Mesmer und ich mag den eigentlich am liebsten. Die anderen Apfeltees, die es so gibt, die sagen wir alle nicht zu. Apfel Feige und Apfel mit Vitamin C und von diesen künstlichen Vitaminen halte ich sowieso nichts. Deswegen habe ich gestern, als ich bei Müller war, mir den noch mitgenommen. Ich habe den auch schon heute früh aufgemacht und mir einen Tee gekauft heute früh. Das sind eben solche Beutelchen, die sind nochmal einzeln abgepackt. So sieht der Beutel aus. Ich finde die wirklich lecker. Ich merke zwar von der Vanille jetzt nicht so viel, aber der Apfel schmeckt auf jeden Fall lecker. Und dann habe ich noch Kaugummis gekauft von Extra Professional White. Die nehme ich eigentlich immer. Entweder die hier in dem Döschen, um sie auf den Schreibtisch zu stellen oder diese Blättchen, wo man die rausdrücken kann. Ich habe eigentlich noch Kaugummis, aber ich habe die mitgenommen, weil hier ein Coupon ist, dass man entweder einen Milchkaffee oder einen Wopper bei Burger King umsonst bekommt. Und da ich Wopper, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Also ich mag Wopper. Wenn ich bei Burger King bin, dann bestelle ich mir immer einen Wopper. Und ja, deswegen dachte ich, wow, cool. Und deswegen habe ich mir die mitgenommen. Was mögt ihr lieber? Burger King oder McDonald's? Das ist ja die ewige Diskussion. Ich bin ganz klar für Burger King. Ich liebe die Wopper, die sind so lecker. Ja, das ist eigentlich der einzige Burger, der mir so wirklich schmeckt. Aber dafür schmeckt er mir auch umso besser. Ja, dann, ähm, mache ich mir was Unspektakulärem weiter. Und zwar habe ich mir eine neue Handseife nachgekauft. Ihr wisst vielleicht, ähm, dass ich eigentlich liebe Handseifen mit Honig und Milch mag, weil ich den Geruch am dezentesten finde. Aber von der Eigenmarke von Müller gibt es die leider nicht in dieser Sorte. Deswegen habe ich Avocado und Sheabutter mitgenommen. Die hatte ich schon mal und fand sie okay. Die war auch nicht so aufdringlich im Geruch. Ich mag das nicht, wenn man die Handseife, nachdem man sich die Hände gewaschen hat, die ganze Zeit noch auf den Händen riecht. Deswegen bevorzuge ich Milch und Honig. Und da es das eben nicht gab und ich jetzt auch nicht das Teure von Hans annehmen möchte oder was es da noch gibt, weil ich denke, Seife ist Seife. Da gibt es keinen großen Unterschied. Habe ich jetzt einfach die hier mitgenommen. Den Kassensettel habe ich jetzt natürlich nicht da. Ich glaube, ich habe den in den Geldbeutel noch stecken. Aber hat auf jeden Fall unter allen Euro gekostet. Dann habe ich mir neue Reinigungstücher gekauft. Dieses Mal von BB. Die ersten, die ich hatte, waren von Rivaldi Lupas, der Limited Edition, die ich mal geschenkt bekommen habe. Dann habe ich mir welche nachgekauft von Balea. Und jetzt habe ich eben die hier von BB genommen, weil es Balea ja nicht im Müller gibt. Das sind 3 in 1 pflegende Reinigungstücher für trockene und empfindliche Haut. Es gab auch noch welche für normale Haut. Ich habe eigentlich eher Mischhaut und eher eine ölige Stirn. Aber ich möchte die ja für meine Augen verwenden und nicht für mein Gesicht, weil ich ja auch nur im Gesicht eigentlich Make-up verwende. Na gut, ich habe noch ein bisschen Concealer so um die Nase herum und Puder. Aber das wasche ich ja mit meiner Reinigungslotion danach ab. Deswegen nehme ich die Tücher eigentlich nur für die Augen, um das Make-up zu entfernen. Und deswegen habe ich welche für trockene und empfindliche Haut mitgenommen. Ich glaube, die haben 1,25 Euro gekostet. Ich bin mir aber überhaupt nicht sicher. Ich habe mir dann auch noch ein Duschgel gekauft, weil mein altes Häutchen hergegangen ist. Und ja, ihr wisst ja, dass ich im Moment, oder ihr wisst es nicht, aber dann sage ich es euch jetzt, dass ich im Moment von Duft die Klopper Lotion verwende, die ich sehr gut finde. Ich glaube, die war auch in meinem Favoritenvideo für September mit dabei. Müsst ihr mal gucken. Und weil ich ja immer gerne Reihe in Reihe bleibe, habe ich mir deshalb eine Bodylotion von Duff gekauft. Ich habe eine durchgeschnuppert und die hier hat am besten geduftet. Das ist eine Limited Edition Winterpflege. Eine reichhaltige Pflegedusche. Und mir hat ja die Verpackung schon so gefallen, weil die hier rosa ist. Das fand ich schon mal toll. Und was ich nicht toll finde, ist, dass hier oben schon das Duschgel rauskommt. Und wenn man das aufmacht, dann hat man hier schon was am Finger. Aber das kann auch sein, weil es durchgeschüttelt wurde, als ich heimgefahren bin. Auf jeden Fall riecht die sehr angenehm. Es ist jetzt kein typischer Weihnachtsduft zur Nacht. Zimt, Vanille und wie man sich halt Weihnachtsdüfte vorstellt. Aber ich denke, weil die eben so reichhaltig ist, ist die speziell für den Winter jetzt und für den Herbst. Für die kälte der Jahreszeit. Und es riecht gut. Es riecht angenehm. Nicht aufdringlich, nicht gut. Es riecht einfach gut. Zu guter Letzt habe ich mir noch eine neue Nachtcreme gekauft, weil ich mit der jetzigen Nachtcreme, die ich habe, überhaupt nicht zufrieden bin. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon gesagt habe. Ich habe eine von Nivea für trockene Haut. Ne, nicht mal für trockene Haut. Also es steht einfach nur drauf, reichhaltige Pflege. Aus dieser Pure-Reihe. Ich glaube, ich habe die euch schon mal gezeigt. Naja, auf jeden Fall. Die zieht und zieht und zieht und zieht nicht in die Haut ein. Und wenn ich mir dann am Abend damit mein Gesicht eincreme und dann schlafe und die ganze Nacht mein Pony auf meiner Stirn legt, mit einer Creme, die nicht einzieht. Könnt ihr euch vorstellen, wie in der Früh mein Pony aussieht. Also es ist eine Katastrophe. Deswegen habe ich mir gedacht, ich muss mir eine neue kaufen. Die ist auch von Nivea, weil ich ja auch meine sonstige Waschserie-Moment von Nivea habe für mein Gesicht. Und ihr wisst ja, ich bleibe gerne Reihe in Reihe. Deswegen habe ich mir wieder eine von Nivea mitgenommen. Die ist neu. Das ist eine regenerierende Nachtpflege für jeden Hauttyp. Soll Feuchtigkeit spenden, die Haut regenerieren, dass man am nächsten Morgen frisch und erholt aussieht. Und die hat noch Vitamin E und Hydra IQ. Und ich hoffe, dass diese Creme besser in die Haut einzieht. Ich habe ja auch eine Tagescreme von Nivea für die Haut. Ja, für was denn sonst? Also ich habe zwei Tagescreme von Nivea. Und beide ziehen wunderbar in die Haut ein. Da gibt es überhaupt keine Probleme. Ich weiß nicht, was mit dieser Nachtcreme los ist. Ich mag den Duft von der auch nicht so gerne. Deswegen hoffe ich, dass sie genauso gut einzieht wie meine zwei Tagescreme, die ich habe. Und ja, ich bin schon sehr gespannt. Da steht auch, dass die Neubildung von Aquaporinen gefördert werden soll. Was immer Aquaporine sind, ich weiß es nicht. Vielleicht wisst ihr, dann könnt ihr es mir unten in die Kommentare schreiben. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Video. Tschüss!